Willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Bros. 3 für den SNES. Ja, ähm, warum schon wieder gestern ein Super Mario Bros. 3 Part kam? Ich hatte keine Lust. Ich hatte immer wieder keine Lust, ein Part von Super Mario Bros. 3 aufzunehmen. Ja, Freitag ist bei mir so ein Tag, wo ich mir denke, warum? Du lädst Samstag nichts hoch, dafür aber dann Sonntag. Und irgendwie klappt das dann nicht mit dem Zwei-Tage-Zyklus. Aber ich hab einfach mal gedacht, machst du es so, dass du Freitag Pokémon Mond bringst? Gestern kam ja kein Pokémon Mond, ne? Montag ja auch nicht. Deswegen kommt heute noch ein Pokémon Mond Part, wenn ich Lust habe, Pokémon Mond heute aufzunehmen. Weil das ist... hab ich ja schon gesagt. Und... mal schauen. Äh, ich hab mir das einfach so überlegt, dass ich Samstag, also... jeden Samstag Super Mario Bros. 3 bringe und jeden Freitag Pokémon Mond im Part. Ja. Und morgen kommt ja Paper Mario Color Splash kam Mittwoch nicht, weil ich zu tun hatte mit Aufnehmen von Breath of the Wild. Und Breath of the Wild hat lange gerendert und so. Deswegen hätte ich es Montag... Montag, genau. Äh, Mittwoch nicht geschafft... Paper Mario Color Splash hochzuladen. Tatsächlich. So, dann starten wir ja nicht mal das erste Level, bevor ich die ganzen Part jetzt nur noch hier rumhänge. Muss ja nicht sein. Also... Jeden Samstag ein Part Super Mario Bros. 3. Und jeden Freitag ein Part von Pokémon Mond. Wie auch... Ja gut, das war's doch eigentlich schon. Mit der neuen Regelung. Dass ich das eigentlich schon mal hinter mir habe. Äh, Mittwoch kam kein Paper Mario Color Splash Part. Tut mir leid, deswegen kommt ja morgen einer. Ich hatte halt keine Lust. Nein, äh, Breath of the Wild hat wirklich lange gerendert. So, drei Stunden. Drei, drei, vier, fünf Stunden hat das gerendert. Aber guck. Es kommt ja auch noch dazu, dass ich als erstes das Video... Von der Capture Card rendern muss, damit ich's überhaupt ins Schneideprogramm importieren kann. Weil... Trocken lässt er das nicht rein. Sag ich einfach mal, so unbearbeitet. Das muss schon von... Programmen, das ich bei der Capture Card auch habe. Äh, mitbearbeitet werden. Und dann halt... Schmeiß ich das in mein Schneideprogramm rein. Und rendern das dann nochmal durch. Das dauert insgesamt sechs Stunden. Und da ich ja so spät... Beziehungsweise, ja guck, ich hab Mittag angefangen, das Ding zu rendern. Und... Es hat dann bis zum Vierig gerendert. Leider. Aber dann war ich so müde, dass ich dann einfach... Keine Ahnung. Dass ich dann einfach gesagt habe, nee... Lädst du heute nicht hoch. Ja gut, doch. Ich hab's hochgeladen. Aber dann kam halt kein Paper Mario Color Splash Part. Deswegen kommt ja morgen einer. Tja, damit das schon mal geklärt wäre, ne? Aber gut, das ist ja nicht so schlimm. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Ich lebe nicht nur von YouTube. Das ist natürlich normal. Also, es ist natürlich klar, dass ich davon nicht lebe. Wäre auch doof, wenn... Manche können davon leben. Manche machen es auch besser als ich. Aber, komm. Das ist mir egal. Das war schlecht. Tja, was hätte ich noch so zu bereden? In dem Part eigentlich gar nichts mehr. Nee. Gar nichts mehr. Ich hab kein Thema vorbereitet. Geht's überhaupt weiter? Nein. Naja doch. Winter 2016. Ey. Letztes Jahr Winter war so schlimm. Ehrlich mal. Ja gut, so schlimm war es jetzt aber nicht. Ich muss jetzt leider ein Safe Set setzen. Deswegen cutte ich kurz. Bis gleich. So. Bevor ich Game Over gehe, will ich lieber noch ein Safe Set setzen. Weil, wie ihr ja schon wisst, wie ich schon 10.000 Mal gesagt habe, wenn mein Game Over geht, muss man die ganze Welt beziehungsweise nochmal ganz von vorne anfangen, weil ich es ziemlich frech finde. auf dem Internet hoch, wie sie das gemacht haben. Ist halt wirklich frech. Kann dieser Fisch bitte weggehen? Ja, Winter 2016. Letzten Winter. Das ist mir wirklich noch nie passiert. also jetzt mal wirklich, das ist mir noch nie passiert. Denn im Winter 2016 hatte ich trockene Haut. Ist meine Haut trocken geworden? Ich verstehe bis heute nicht, woran das liegt. Ich meine, im Winter steht es ja, ähm, bei Kälte kann die, kann die, äh, Haut trocken werden. Also ich habe jetzt nicht die, 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 ähm, was da so passiert, kann ich bitte. Nein, und dass die, dass irgendwas mit der Horn, irgendwas mit der Schutzschicht der Haut passiert, dass die aushärtet, erinnere mich nicht, aber die wird dann so ganz komisch rau und trocken und wenn man da kratzt, dann tut das weh und das war halt bei mir der Fall, dass ich, äh, trockene Haut hatte. Da half auch keine Feuchtigkeitscreme, nein, da half leider, sag mal, wo geht's denn hier weiter? Da half keine Feuchtig, Feucht, ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Äh, ja, deswegen habe ich den Winter nicht so genossen wie alle anderen, weil bei anderen ist es nicht passiert, es soll häufiger vorkommen, dass die Haut in der Kälte etwas schaden, ne? Ist halt passiert, kann man nicht ändern, ich verspringe jetzt das Level, weil es mir zu sehr auf den Sack geht und wenn ich aber nicht weiß, was ich da machen soll, deswegen noch nichts Offscreen. Egal, schneide ich halt, schneide ich halt das Level dann rein, wie ich es schaffe. Ist ja nicht so schlimm. Wenn ich überhaupt Lust drauf habe, weil ich mach das nicht, ich mach Level nicht Offscreen oder so, oder mag das halt nicht, wenn ich dann nochmal ein Level nochmal spielen will. Ich meine, eine Aufnahme ist okay, da hab ich Bock, aber dann Offscreen ist, machen ist, macht. Aber gut, wie verlief denn euer Winter? ich vermute mal besser als meiner. Obwohl, ein, ein Winter lief eigentlich ganz okay, außer dieser, dieser, dieser Haut, dass die da trocken war, das war doof, ne? Pech gehabt, ich bin ja generell so ein Pechvogel, erkennt mich ja nicht anders. Du kleiner, blöder, Käfer, verschwinde mann. Habe ich schon gesagt, dass ich die Level in Super Mario Bros. 3 hasse, ich hasse sie. Und ich sag's auch gerne nochmal, ich hasse sie. Ich hasse diese fucking Level, Alter. Das Spiel ist immer noch für mich sehr schwer, besonders Welt 8 wird echt Knorke werden. Ja. Wird nicht schön werden, ich hasse Super Mario Bros. 3, ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Mann! Wird dieses Spiel ja nicht durchhaben. Wobei man auch sagen muss, dass Super Mario Bros. 2 schwieriger ist als Super Mario Bros. 3, also freue ich mich nicht drauf auf dieses Let's Play auf Super Mario Bros. 2. Ja, das ist mir doch zu schwer. Mann, das kann doch nicht wahr sein, Alter. was ist denn hier schon wieder los? Langsam reißt bei mir alles aus hier, wenn ich schon wieder sehe. ein Vogel zeige ich dir, dass er da nicht rüber gesprungen ist. Zeig dir einen verdammten Vogel, Alter. Eine Güte. Die verstehe das nicht. Ich bin jetzt gleich ein Superstern oder so. ich habe, ich bin ein guter Super Mario Bros. Spieler, aber so einen Dreck tue ich mir nicht an. Finde ich die Super Mario Bros. Spiele tatsächlich besser als so ein Mistier. Aber Super Mario Bros. 3 ist doch viel besser, du bist doch Noob. Ich weiß, ich bin Noob. Ich gebe es auch offen zu, ich bin der Noobigste Noob, den man je treffen kann. Aber wenn mir ein Level so krass auf die Nerven geht, habe ich auch gepockt, das Spiel weiter zu spielen. Alles klar? Ja? Verstanden? Gut. Ich habe es ja schon zeliale Male gesagt, ich mag es immer mal ein paar 3-Levels und mir einfach zu kacke. Wo geht es denn weiter? Spiel sagt es mir doch. Wo geht es denn weiter? Gott, du blöder Blubber. Das ist das erste Mal, dass ich gleich nachgucken werde, wie man dieses Level hier löst, weil... Ah, warte mal. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es. Einfach nur. Es ist zum... Klar. Jetzt egal, was andere Leute denken. Ich finde das Spiel doof. Es macht keinen Spaß. Und nein, ich werde Lost Levels nicht spielen. Das Spiel ist doch nicht schwer. Jetzt mal ernsthaft, das ist wirklich nicht schwer. Ach, ich kriege so ein Krampf hier hin. Ich bin mit so guter Laune in den Part gestartet und dann muss ich einfach gestehen, Du bist kacke in dem Spiel. Du bist einfach kacke. Seh es endlich ein, Mann. Du kannst nichts. Du bist dumm im Kopf. Okay, das war schon ein bisschen mehr. Ich nehme mich zurück. Aber... bei mir brennen gerade alle Leitungen durch. Ach, Püps. Mann, jeder, jeder normale Durchschnittsmensch kann dieses Spiel schaffen, aber ich bin einfach nur zu blöd. Oder, weiß ich nicht. das fackt mich einfach gerade richtig an. Einfach nur dumm. Ja, aber genau, wirf mir noch einen Stein an den Kopf. Wenn ich weg vom Fenster. Ich blöder Vollidiot! Ich blöder Mario Mario Ok Gut Also Jetzt Das alles was ich hier gesagt hab würdest du dich ernst nehmen? Warum sollte ich das ernst nehmen? Ich meine, ich mag Mario-Spiel, aber ich will dann nicht so was sehen wie ja, das Spiel ist gut, halt die Klappe, du hast auch keine Ahnung. Ich mach das nicht aus Ernst. Also wirklich. Wer sowas ernst nimmt, der muss schon... Na gut, auf der einen Seite ist es ja schon ein bisschen ein bisschen ernst dabei, aber ich verstehe solche Leute nicht, die denken, ja, der mag das Spiel nicht. Ich mag die Level des Spiels, ich mag manche Level des Spiels nicht, aber das Spiel finde ich an sich super. Na gut, das ist auch egal. Nimmt ja jeder so auf, wie er mit dem Level und euch auch nix wegen sprechen. Oh nein, das ist... Och, nein. Vielen Dank, Nintendo. nicht. Ach, bum bum, please. Oh, bum bum! Du fucking Mensch, Alter! Was ist denn mit dir los? Ey! Was? Ich kann darüber nur lachen. Ich wollte heute eigentlich zweitens sprechen, nicht nur über, was habe ich noch gesagt? Genau, über Winter und halt immer noch anderes Thema, aber irgendwie ist das hier gerade so ein richtiger Rage-Part, wo ich mir denke, bitte lass es vorbei sein. Vor allem, ich muss dann auch noch die ganzen Dinge rausschneiden. was, was... Ja, eigentlich hier... Oh, im Endeffekt... Oh, Mann! Das ist ja schlimmer als beim Let's Play von Super Mario Bros. 1 für den SNES. Es ist ja ein richtiger Kampf hier. Es ist ja schlimm, wenn ich mir so andere Videos anschaue, dann denke ich mir, die sind doch viel besser als ich. Wie können die so viel besser als ich sein? Was bin ich denn für ein Mensch? Jetzt spring doch da hoch, das gibt es doch nicht. Okay. Gut, Spiel. Wenn du es jetzt so willst, dann schneide ich das Ende dann einfach ein. Ich will einfach nur diese Party wählen. Das ist das, was ich möchte. Ich möchte Spaß am Spielen haben. Das ist wieder ein Tod. Das sehe ich doch nicht. Das sehe ich doch nicht. So. Wenn das jetzt nicht klappen sollte, wenn das jetzt nicht klappen sollte, dann schneide ich. Verdammt nochmal, jeder Durchschnittsmisch kann dieses Spiel schaffen. Oder dieses Level. Wisst ihr, was wir sehen, was wir sehen, was wir sehen, was wir sehen. Ich habe noch nie so hart in einem Spiel geraged wie in diesem. Gut, dann würde ich auch sagen, das war es mit diesem Part. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.